Es wurde alles aus nichts, aber es wurde alles durch Gottes Wort. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Zuschauer, ich grüße Sie auf das Herzlichste und ich möchte mir heute in dieser Predigt mit Ihnen Gedanken darüber machen, was kommt nach dem Tod? Vor einigen Jahren bin ich von einem Gemeindeglied angerufen worden, von einer sehr gebildeten und charmanten Frau. Sie bat mich zu ihr zu kommen, ich besuchte sie, wusste nicht genau, worum es gehen sollte. Wir tranken nett Kaffee miteinander und dann brachte sie einen Haufen Bücher und einen Haufen Videos und bat mich, ihr einige Informationen noch zusätzlich zu geben. Zu ihrer geplanten Amerika-Reise. Sie wollte durch den Westteil der Staaten fahren, Kalifornien, Nevada, all diese Dinge. Sie hatte das minutiös geplant, diese drei Wochen, wusste schon so viel und da ich schon häufiger in den Staaten war, hatte sie gedacht, es ist eine gute Idee, den Pfarrer nochmal einzurladen und da nochmal weitere Informationen rauszukitzeln. Ich habe mich dann mit dieser Frau über diese Dinge unterhalten, habe sie aber im Anschluss an das Gespräch gefragt, nun, sie haben sich ja so viele Gedanken gemacht, um ihren Urlaub zu planen, aber haben sie schon mal Gedanken darüber gemacht, wo sie die Ewigkeit verbringen werden? Was passiert, wenn sie sterben? Da hat sie sehr verdutzt geschaut, denn darüber hat sie noch keine Gedanken gemacht. Und das ist etwas, was ich immer wieder erlebe, dass ganz viele Menschen sich keine Gedanken darüber machen, was passiert eigentlich mit mir, wenn ich gestorben bin. Was kommt nach dem Tod? Und ich bin auch immer wieder überrascht, wenn ich mit Menschen spreche, wenn ich ihnen dann diese Frage stelle, was sie mir für Antworten geben, auch intellektuell gebildete Menschen, die mir dann Dinge auf den Kopf werfen, wo ich denke, das darf doch wohl nicht wahr sein. Da wird dann gesagt, ja, wenn ich sterbe, dann stehe ich doch vor der Himmelstür vor Petrus und der guckt dann, ob ich reinkomme oder nicht reinkomme in die Ewigkeit. Ich sage, wo hast du das denn her? Er sagt, das wird doch im Karnevalslied so gesagt. Da sage ich, deine Wahrheit darüber, was passiert, wenn du tot bist, das nimmst du aus einem Karnevalsschlager? Ja, jemand anderes sagt mir, ja, wenn ich dann sterbe, dann geht doch mein Körper in die Erde, er wird wieder zu Staub und Erde, aber meine Seele, die lebt weiter, da gibt es eine Trennung. Ich sage, wo hast du das denn her? Er sagt, das ist auch doch die Bibel. Ich sage, ich kenne die Bibel ganz gut, das sagt sie an keiner Stelle. Keiner wird dann erklärt, woher dieses Denken kommt, dass es ein platonisches Denken ist aus der griechischen Weltanschauung, aber mit biblischer Wahrheit nichts zu tun hat. Jemand anderes erklärt mir dann, ja, wenn ich gestorben bin, ja, dann werde ich doch von Gott ins Fegefeuer geworfen und dann werde ich, je nachdem, wie gut ich gewesen bin, 20.000 Jahre, wenn ich schlecht war, 200.000 Jahre, wenn ich ein ganz großer Verbrecher war, 2 Millionen Jahre gequält im Fegefeuer und dann kriege ich ewiges Leben. Das stünde auch so in der Bibel drin. Auch dem Menschen musste ich sagen, das steht nicht so in der Bibel drin, sondern dass das irgendwelches hinduistisches, synkretistisches Gedankengut sei. Was passiert denn nun, nachdem wir gestorben sind? Was ist dann? Dazu habe ich Ihnen einen Text mitgebracht aus der Bibel, der uns das sagt. Wir lesen in Johannes 5, die Verse 24 bis 29. Jesus Christus spricht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben, kommt nicht in das Gericht, sondern er ist zum Tode, zum Leben hindurch gedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und sie ist schon jetzt, dass die Toten hören werden die Stimme des Sohnes Gottes und die sie hören werden, die werden leben. Denn wie der Vater das Leben hat in sich selber, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in sich selber. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, das Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und es werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichtes. Amen. Wir wollen kurz beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen uns jetzt Gedanken darüber machen, was passiert, wenn wir sterben. Wir haben diesen Text von dir bekommen, Herr, und wir wollen dich jetzt bitten, dass du uns die Predigt über diesen Text segnest. Und ich möchte dich bitten, dass du zu jedem Einzelnen der Zuhörer sprichst, Herr, in seine Situation hinein. Und dass das gelingt, dass die Zuhörer deine Stimme vernehmen, dazu brauchen wir deinen Segen, deinen guten Geist. Und darum wollen wir dich jetzt alle miteinander bitten. Segne du selber, reden und hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Was kommt nach dem Tod? Ausgehend von diesem Johanneswort und ausgehend von der ganzen Bibel, möchte ich Ihnen die Antwort geben, es gibt einen dreifachen Ausgang. Nicht für alle Menschen ist es gleich, sondern es gibt drei unterschiedliche Menschengruppen, es gibt einen dreifachen Ausgang. Erstens, es gibt das unmittelbar, das ewige Leben unmittelbar und postmortal. Zweitens, es gibt das ewige Leben nach Totenreich und Gericht Jesu. Und drittens, es gibt die ewige Verdammnis nach Totenreich und Gericht Jesu. Das sind die drei Ausgänge. Der erste, das ewige Leben unmittelbar und postmortal. Das ist das, wovon Jesus hier spricht als erstes. Wir lesen dort noch einmal. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat, nicht der wird haben, sondern der hat das ewige Leben, kommt nicht ins Gericht, er hat mit dem Gericht nichts zu tun, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurch gedrungen. Wahrlich, ich sage euch, sagt Jesus, es kommt die Stunde und sie ist schon jetzt, sagt der Herr, dass die Toten die Stimme Gottes hören werden und sie werden, die sie hören, leben. Das ist die gute Nachricht für Sie alle, die Sie jetzt zuhören und zuschauen, die Sie an Jesus Christus glauben, die Sie vertrauen dem, was Ihnen die Heilige Schrift offenbart hat, dass Sie wissen dürfen, sobald Ihr Herzchen aufhört zu schlagen, sobald Sie den letzten Atemzug hier auf Erden getan haben, da haben Sie sofort ewiges Leben bei unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Jesus Christus, der hat das ewige Leben, sagt Jesus hier, der muss nicht ins Totenreich, das ist für die anderen. Es ist ein Unterschied zwischen Totenreich und Hölle, das möchte ich an der Stelle auch schon mal sagen, das Totenreich ist der Ort, wo die, die ohne Jesus sterben, aufbewahrt werden bis zum Gericht, das kommen wird, das ist die zweite Auferstehung. Hier ist die erste Auferstehung, hier ist die Rede davon zu sagen, die, die sofort unmittelbar postmortal weiterleben werden. Etwa der Schecherer am Kreuz, als Jesus Christus gekreuzigt wird, da wendet sich einer der Gekreuzigten, die mit ihm dort am Kreuz hängen, zu ihm und sagt, denke an mich, wenn du bei deinem Vater bist und sagt ihm, heute, heute wirst du mit mir in der Ewigkeit sein. Das ist so, wenn wir an Christus glauben, so sagt die Schrift, sind wir Glieder an seinem Leib und als Glied an seinem Leib können wir nicht mehr sterben, weil dieser Leib ja nicht im Tod geblieben ist, der Leib Christi ist auferstanden und wir, die wir Glieder an diesem Leib sind, wenn wir Glieder sind, das sind wir durch den Glauben an Jesus, haben dann ewiges Leben. Das ist das, was Paulus dann sagt, sterben ist mein Gewinn. Wissen Sie, das ist das Wunderbare. So schön, dass die Welt hier auf Erden ist, das, was uns erwartet im himmlischen Jerusalem, das ist der Ort, wo wir sein werden, wenn wir sterben, das ist mit nichts zu vergleichen und mit nichts zu beschreiben. Das, so sagt es die Bibel, was kein Auge je gesehen hat, was kein Ohr je gehört hat, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Und darauf dürfen wir uns freuen. Wenn wir an Jesus Christus glauben, dann dürfen wir wissen, dann kommt das Happy End unseres Lebens in dem Moment, wo wir gestorben sind. Wir müssen den Tod nicht mehr fürchten. Der Tod hat für den Christen alle Macht verloren. Ich führe ein glückliches, wunderbares Leben, habe eine wunderbare Frau, bin glücklich verheiratet, tolle Familie, tollen Beruf, bin gesund, mir geht es wunderbar. Ich bin sehr gerne in dieser Welt und ich lebe ein fantastisches Leben, aber ich weiß, das Größte wartet noch auf mich. Wenn ich mit meinen Konfirmanten darüber spreche und ihnen versuche klarzumachen, wie wunderbar die Herrlichkeit ist, dann nehme ich immer ein Glas Wasser mit, so wie dieses Wasser, da ist aber dann nicht so viel Wasser drin und lasse dann durch die Reihen der Konfirmanten dieses Glas Wasser gehen und da ist nur ein Tropfen Wasser drin. Und dann sage ich ihnen, stellt euch mal das schönste Leben hier auf Erden vor. 95 Jahre bei bester Gesundheit, ein Haufen Geld, eine tolle Frau oder ein toller Mann, viele Kinder, Enkelkinder, alles Glück der Welt, was ihr euch vorstellen könnt. Sag ich, das ist der Tropfen Wasser hier in diesem Glas. Aber das, was uns erwartet in der Ewigkeit, so sage ich dann den Konfirmanten, das ist mehr als alles Wasser im Atlantik und Pazifik zusammen. Und selbst das reicht noch nicht. Und dieses Leben bekommen wir, wenn wir an Jesus Christus glauben. Und ich möchte ihnen das nochmal zusprechen, die sie gläubig sind. Halleluja! Für sie ist alles passiert, sie dürfen sich freuen, sie haben ewiges Leben bei Jesus Christus. Sie können sich freuen, sie können den ganzen Tag tanzen halt und sie können in die Hände klatschen, weil sie wissen, es gibt ewiges Leben. Egal wie schwer und schwierig es jetzt hier auf Erden ist, sie können sich freuen. Ich war zehn Jahre lang Pfarrer im Siegerland und habe dort auch bei der Feuerwehr in Siegen arbeiten dürfen, eine wunderbare Erfahrung, einen wichtigen Dienst, den die Feuerwehrleute da tun. Und ich war dort Fachberater Seelsorge und der Chef der Feuerwehr, ein wirklich ganz, ganz toller Feuerwehrmann, er war nicht im Glauben an Jesus und wir haben immer uns wieder über den Glauben unterhalten. Und irgendwann hat er zu mir gesagt, Olli, was du erzählst von der Ewigkeit, hör mal, wenn das ja stimmt, dann kannst du mir das ja schriftlich geben. So wie ich dir auch eine Urkunde erstellen kann, dich befördere oder dir eine Auszeichnung gebe, ich kann das unterschreiben, so könntest du mir das doch dann auch schriftlich geben. Das habe ich dem auch gemacht. Ich habe dem dann eine Urkunde erstellt, habe ich dann geschrieben, hiermit bestätige ich, Pfarrer Olaf Latzel, im Namen des lebendigen Gottes in Jesus Christus für die evangelische Kirchengemeinde in Truppach-Silbach in Siegen, dass Matthias Ebert, so hieß der Mann, ewiges Leben bekommt, wenn er an Jesus Christus glaubt. Siegel, Unterschrift da drunter. Hat er sich genommen, in sein Büro gehangen. Da ruft mich zwei Wochen später ein Kollege an und sagt zu mir, Olli, das kannst du nicht machen. Also auch ein Pfarrer, der war bei dem im Büro gewesen. Ich sage, was kann ich denn nicht machen? Ja, du hast da was gesiegelt und garantiert, wo du doch gar nichts dafür einhalten kannst. Und das ist ja wichtig, dass die Kirche nur Urkunden siegelt, was sie auch einhalten kann. Das ist ein wichtiges Gut in diesem Staat. Da habe ich diesem Mann gesagt, wenn ich dafür nicht mehr einstehen kann und das nicht mehr besiegeln kann und eine Garantie dafür geben kann, höre ich heute auf dem Tag auf, Pfarrer zu sein. Deshalb möchte ich es Ihnen auch nochmal garantieren. Sie dürfen wissen, wenn Sie an Jesus Christus glauben, dann haben Sie alles geschafft. Und wenn Sie sterben, dann haben Sie sofort ewiges Leben und darauf dürfen Sie sich freuen. Sie können alle Tage hier auf Erden genießen, aber freuen Sie sich auf den Tod. Wenn Jesus Christus Ihr Herr und Heilheit ist, wenn Sie an ihn glauben, sterben ist dann Ihr Gewinn. Und das ist der erste Ausgang für diejenigen, die an Jesus Christus glauben. Das ist die erste Auferstehung, die jetzt schon passiert ist, die schon seit Jesu Kreuzigung passiert und immer wieder passiert. Sie haben dann ewiges Leben bei Jesus Christus. Das ist der erste Ausgang, was passiert, wenn Menschen sterben. Der zweite Ausgang, das sind Menschen, die bekommen das ewige Leben nach Totenreich und Gericht Jesu. Auch dort lesen wir in unserem Text, wundert euch darüber nicht. Jesus sagt selber, wundert euch nicht, dass es verschiedene Ausgänge gibt. Wundert euch darüber nicht, es kommt die Stunde. Die für die sofortige Auferstehung, die ist schon. Es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens. Diese zweite Gruppe, die bricht so ein bisschen mein reformiertes Denken, dass man allein durch Glauben gerettet wird. Aber die Bibel macht noch einen zweiten Weg auf. Jetzt müssen Sie aufpassen und die strenggläubigen Zuhörer dürfen jetzt nicht die Krise kriegen. So sagt es ja die Schrift. Es gibt Menschen, die nach Totenreich noch ewiges Leben bekommen, die nach ihren Werken gerichtet werden. Ich habe mir immer wieder Vorstellungen darüber gemacht, Gedanken darüber gemacht, wer kann das denn sein? Und ich denke, ich denke, dass es die Menschen sind, die in ihrem Leben nie von Jesus Christus gehört haben. Irgendein Bauer irgendwo im Himalaya, der gelebt hat, nie das Wort Jesu Christi gehört hat, der nie eine Chance hatte, sich in dieser Welt für Jesus zu entscheiden, dass er nach seinen Werken gerichtet wird. Noch einmal, es ist auch eine Zumutung für mein reformiertes protestantisches Verständnis, aber so sagt es die Schrift und nicht nur an dieser Stelle, sondern auch, wenn Sie die Texte kennen, etwa Matthäus 25, wo Menschen nach ihren Werken gerichtet werden, ob sie Menschen besucht haben aus der Gemeinde, ob sie Menschen aus der Gemeinde zu essen gegeben haben und ein ewiges Leben bekommen oder wenn Sie denken an das Endgericht in der Offenbarung, dass auch dort nach den Werken gerichtet wird. Das gilt aber nur für die Menschen, die in ihrem Leben noch nicht die Möglichkeit hatten, Ja oder Nein zu Jesus Christus zu sagen. Mein Konfirmanden, ich bin wieder bei den Konfirmanden. Und das sage ich denen auch immer wieder, ich hätte keine Chance, über diesen zweiten Weg rein zu können. Auf diesen Weg kann man sich nicht verlassen und ich sage ihnen auch immer wieder, für euch kommt er nicht in Frage, weil ihr hier schon gefragt werdet, ob ihr zu Jesus gehört oder nicht gehört. Und wer Jesus in dieser Welt ablehnt, für den kann auch in der Ewigkeit vom Herrn nichts mehr gemacht werden. Das ist der zweite Ausgang, dass Menschen das ewige Leben nach Totenreich und Gericht Jesu bekommen. Aber auch da noch einmal wichtig ist in der Scheidung, es gibt einen Unterschied zwischen dem Totenreich, das ein furchtbarer Ort ist, die sogenannte Sheol, der Hades. Das ist der Ort, wo die Menschen, die ohne Jesus, ohne Glauben an Jesus sterben, bleiben, bis das Gericht kommt. Das ist nicht die Hölle. Die Hölle ist nochmal etwas ganz anderes. Das Totenreich ist schlimm, aber die Hölle, der Feuersee ist das Allerschlimmste, was man sich vorstellen kann. Auch da fehlen uns die Gedanken, das Elend und das Drama und die Grausamkeit sich auszumalen, was es heißt, in der Hölle zu sein, dem Ort, wo man für ewig getrennt ist von der Liebe Gottes. So sehr wir uns nicht vorstellen können, wie schön es im himmlischen Jerusalem ist, so fehlt uns auch die Vorstellungskraft dafür, dass wir uns das einfach sagen können oder auch nur vorstellen können, was sein wird eines Tages in der Hölle. Aber das ist ein Unterschied zwischen Totenreich und Hölle. Das Totenreich, so lehrt die Bibel, wird am Ende aller Zeiten auch in die Hölle geworfen. Auch das Totenreich wird dort vernichtet werden, übrigens auch wie der Teufel. Der Teufel ist mitnichten der Herr über die Hölle, sondern am Ende aller Zeiten wird er von Jesus in die Hölle geworfen und er wird dort gefangen gehalten und gequält bis ans, bis in alle Ewigkeit, wo kein Ende ist, wo Qual ohne Ende sein wird. Das wird aber im Gericht entschieden, das sein wird, wenn die Welt zu Ende geht. Wenn die Welt zu Ende geht, wird es das Gericht geben und dort wird es einen zweifachen Ausgang geben im Gericht. Es wird noch einige Menschen geben, die wegen ihrer Werke ewiges Leben bekommen. Aber, und jetzt kommen wir zu der furchtbaren dritten Gruppe, es gibt dort im Gericht auch Menschen, die eben zur ewigen Verdammnis verurteilt werden. Auch das lesen wir hier in Johannes 5, 29, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichtes. Und diese Auferstehung des Gerichtes heißt eben nichts anderes, dass sie von Gott in die Hölle geworfen werden. Ich weiß, dass für manch einen von Ihnen sich das jetzt schwer und hart anhört, weil ganz häufig darüber nicht mehr gesprochen und gepredigt wird. Aber das ist ein großer Fehler. Die Hölle ist eine Realität und Menschen, die in ihrem Leben Jesus Christus bewusst ablehnen, sie werden im Gericht eben in diese Hölle gehen. Ich kriege dann immer wieder vorgeworfen, der Pastor Latzl, das ist so ein harter, so ein brutaler Prediger. Ich kann Ihnen nur das sagen, was in der Bibel liest und ich kann Sie nur auffordern, bitte lesen Sie das nach, was ich Ihnen sage. Verifizieren Sie das an der Heiligen Schrift. Lesen Sie das nach, Matthäus 25. Lesen Sie es nach, Offenbarung 20 und 21. Da steht es genau so drin. Und bitte glauben Sie dem, was die Schrift sagt und nicht, was Ihnen irgendwelche Leute einflüstert, auch wenn Sie vielleicht einen Talat tragen und irgendwelche Pfarrer erzählen, Ja, am Ende aller Zeiten werden ja alle Menschen erlöst und alle werden in der Liebe Gottes sein. Das ist eine Lüge. Es gibt Menschen, das ist der dritte Teil, was passiert nach dem Tod, die werden ewige Verdammnis haben, eben wenn sie nicht an Jesus Christus glauben. Unser Herr und Heiland, er ist kein alter, sabbernder Patriarch, der irgendwo in der Ecke sitzt, mit dem man machen kann, was man will und am Ende aller Zeiten wird er sagen, wie der alte Opa, ist schon alles wieder gut, zu so seinem Enkel, der sein Auto zwar kaputt gefahren hat, aber der in Wirklichkeit ihm nicht böse sein kann. Nein, unser Gott ist ein Gott des Zornes und der Vergeltung. Und er wird die Dinge, die gegen ihn gerichtet sind, wenn sie nicht unter dem Kreuz von Golgatha sind und das Blut des Heilandes darüber sind, wird er zu Gericht bringen und wird diese Menschen verurteilt. Das muss man in aller Klarheit sagen. Die Bibel lehrt uns, dass die Pfarrer, die das nicht tun, die nicht in aller Härte und Klarheit diese Wahrheit aussprechen, dass sie wiederum von Gott zur Verantwortung gezogen werden und dass Gott das Blut von den Händen derer, die dann den falschen Lehren getraut haben, von ihren Händen fordern wird. Und das möchte ich nicht, dass mir das passiert. Deshalb möchte ich Ihnen das in aller Klarheit noch einmal sagen. Wenn Sie Jesus Christus nicht glauben, wenn er nicht das lechte Herr Ihres Lebens ist, dann werden Sie kein ewiges Leben in der Herrlichkeit bekommen, sondern dann gehen Sie ganz direkt in die Hölle. In Amerika ist es gewesen, vor einigen Jahren, dass die amerikanische Zigarettenindustrie zu einer Rekordstrafe verurteilt worden ist. Die Zigarettenindustrie wusste schon seit vielen Jahrzehnten, dass Rauchen schädlich ist, dass es Lungenkrebs verursacht und dass es die Lebenszeit der Raucher stark verkürzt. Dieses Wissen haben sie für sich behalten. Und als das rauskam, dass sie wussten, dass Rauchen schädlich ist, wurden sie von einem amerikanischen Gericht zur Höchststrafe verurteilt, zu über 360 Milliarden Dollar Strafe, weil sie das Wissen um die Verderblichkeit des Rauchens für sich behalten haben und da nicht offen und ehrlich darüber gesprochen haben. Und deshalb spreche ich offen und ehrlich darüber, was passiert, wenn man Jesus Christus nicht hat. Dass man verloren sein wird für Zeit und Ewigkeit. Aber Gott möchte das nicht. Und mit dieser Predigt ruft Gott sie, der sie noch nicht an ihn glauben, auf, zum lebendigen Glauben an ihn. Er möchte, dass sie sein Kind werden. Er möchte nicht, dass sie für ewig verloren sind und getrennt sind von ihm. Und deshalb ruft er sie heute mit dieser Predigt zum lebendigen Glauben an ihn auf. Er sagt, glaub an mich und du wirst ewiges Leben haben und wir werden herrliche Freuden in der Ewigkeit haben. Er sagt dir aber auch in aller Klarheit, wenn du das nicht tust, dann gehst du selbst erwählt in die Verdammnis hinein. Und wenn sie jetzt fragen, wie kann das denn sein? Wie kann ich denn zu Jesus kommen, wenn ich noch nicht gläubig bin? Dann möchte ich ihnen Mut machen, diesen Schritt zu tun und ihnen auch erklären, wie das geht. Dann gehen sie hin und übergeben ihr Leben Jesus Christus. Dann gehen sie hin und beten sie. Ich möchte ihnen vorlesen, wie man beten kann. Sie können dann folgendes Gebet beten. Wenn sie dieses Gebet gläubigen Herzens mitsprechen können, so schwach es auch sein mag, aber wenn sie es mitsprechen können und das auch wollen, dann dürfen sie wissen, dass Gott ihnen gnädig ist und dass er dann in ihr Leben kommen wird und dass er sie dann retten will. Wenn sie sich so öffnen und das wirklich so meinen, dann dürfen sie wissen, dass für sie Rettung da ist. Und ich möchte ihnen Mut machen, diesen Schritt zu tun. Und wenn sie dieses Gebet gesprochen haben, dann gehen sie hin, gründen sich in der Schrift, lesen in der Bibel, suchen sie eine gläubige Gemeinde auf und lassen sie sich stärken im Glauben. Denn Gott möchte nicht, dass sie zum dritten Teil dazu gehören, dass sie verloren werden für Zeit und Ewigkeit, sondern er selber ist in seinem Sohn Jesus Christus Mensch geworden. Er hat gelebt, ist auf Golgatha gestorben für sie und ihre Schuld und auch für meine Schuld, damit wir nicht ins Gericht kommen müssen. Und sie kommen nicht ins Gericht und sie werden nicht in die Hölle fahren, wenn Jesus Christus ihr Herr ist und er mit seinem Blut für ihre Sünden bezahlt hat. Das ist der dreifache Ausgang, wie ihn die Schrift lehrt. Was kommt nach dem Tod? Erstens, für diejenigen, die an Jesus Christus glauben, das ewige Leben unmittelbar und postmortal. Zweitens, das ewige Leben nach Totenreich und Gericht Jesu. Und drittens, die ewige Verdammnis nach Totenreich und Gericht Jesu. Ich wünsche uns von Herzen, dass jeder, der diese Predigt hört, eines Tages auch in der Ewigkeit ist und dass niemand, der diese Predigt hört, verloren geht für Zeit und Ewigkeit. Und so möge der Herr diese Predigt an deinem Leben und deinem Glauben segnen. Amen. Und der Friede unseres Allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen. Und der Friede unseres Allmächtigen Gottes. Vielen Dank.